Andalusien ist von den 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens die südlichste, die auf dem Festland liegt. Andalusien grenzt im Norden an Castilien-La Manza und an die Extremadura, im Osten an Mörchia, im Süden an Mittelmeer und Atlantik sowie im Westen an Portugal. Die Hauptstadt Andalusiens ist Sevilla. Mit rund 8,44 Millionen Einwohnern ist Andalusien die meistbevölkerte autonome Gemeinschaft Spaniens. Außerdem weist Andalusien die zweitgrößte Fläche unter den autonomen Gemeinschaften Spaniens auf. Die bedeutendsten Naturräume Andalusiens sind die südliche Abdachung der Sierra Morena, das Becken des Guadalquivir und die Betiche Cordillere, zu der die Sierra Nevada gehört. Der Campo de Gibraltar mit dem Felsen von Gibraltar bildet den südlichsten Teil des europäischen Festlandes. Bei Tarifa, der südlichsten Stadt, liegen Europa und Afrika nur 14 Kilometer voneinander entfernt, getrennt durch die Straße von Gibraltar. Bekannt ist die Region auch durch ihre Musik den Flamenco. Andalusien war in der Vergangenheit oft umkämpft. Es kam daher zu vielfältigen kulturellen Einflüsse wie zum Beispiel durch die Araber oder die Römer. Provinzen Andalusien ist in acht Provinzen unterteilt, in denen 691 Gemeinden existieren. Neben den gleichnamigen Provinzhauptstädten zählen Jerez de la Frontera und Ronda zu den bekanntesten Städten der Region. Am dichtesten besiedelt sind das Tal des Guadalquivir und der Küstenstreifen südlich der Sierra Nevada. Herkunft des Namens Die zu Beginn des 8. Jahrhunderts einfallenden Mauren benutzten die Bezeichnung Al-Andalus. Daraus ging der Name Andalusien, Spanisch-Andalusia, hervor. Zu seiner Herkunft gibt es verschiedene Deutungen. Sicher ist nur, dass der Name Al-Andalus als Bezeichnung für den gesamten maurischen Herrschaftsbereich auf der eberischen Halbinsel erstmals 715-717 auf einer bilingualen Münze auftaucht. Eine populäre, oft dem Orientalisten Reinhard Dutzy zugeschriebene, aber schon lange vor dem 19. Jahrhundert bezeugte Legende führt das arabische Al-Andalus auf den Namen der Vandalen zurück, die im Zuge der Völkerwanderung im 5. Diese Theorie wird unter Historikern heute aber kaum mehr vertreten. Der spanische Historiker Soakin Valver führt den Namen Andalusiens auf eine Arabisierung der Bezeichnung Atlantis zurück. Eine andere Theorie aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von dem Arabisten Heinz Halm leitet Al-Andalus von Sternchenlanda Harlauts ab dem Namen, den die Westgoten der früheren römischen Provinz Betike gegeben haben sollen, das per los verteilte Land. Als Beleg führt Halm den offiziellen lateinischen Namen des westgotischen Spaniens an. Gottica Sos, was sich in etwa mit Gotenloslos der Goten übersetzen lässt, was er wiederum eigenständig mit Sternchenlanda Harlauts ins gotische Rück übersetzt. Die Mauren hätten nach der Eroberung Spaniens in Form phonetischer Lautnachahmung daraus Al-Andalus gemacht. Eine eingehendere Untersuchung aus dem Jahre 2002 lässt es als plausibel erscheinen, dass Andalus der ursprüngliche altiberische und damit noch vorrömische Name der heutigen Insel Isla de Tarifa an der Straße von Gibraltar und damit am äußersten südlichen Zipfel Spaniens ist. Denn die Anfangssilbe N sowie die Schlusssilbe UZ sind extrem häufig in vorrömisch-ibaischen Ortsnamen. Zwei bis dreihundert Jahre nach der maurischen Eroberung Spaniens berichtet dann erstmals eine arabische Quelle von der Insel Al-Andalus, die seit der Eroberung Spaniens samt der Stadt Tarifa den Namen von Tariki Benzimiad ihrem Eroberer aus dem Jahr 711 bekommen habe. Ihr arabischer Name wäre nach dieser Theorie zunächst Gazirat Al-Andalus Insel Andalus gewesen, der sich dann wie die arabische Quelle fortfährt, als Pass pro Toto mit der Eroberung des ebayischen Festlands auf den gesamten arabischen Herrschaftsbereich in Hispanien ausgedehnt habe. Sprache Es wird Andalusisch, ein spanischer Dialekt gesprochen, der sich phonetisch erheblich von der Standardvarietät des Spanischen unterscheidet. Auch für Spanier aus anderen Regionen ist der Dialekt ungewohnt. Es ist ein Dialekt, der nach der umstrittenen Andalusismo-These die Umgangssprache Lateinamerikas stark beeinflusst haben soll. Andalusisch auf Spanisch Andalus zeichnet sich durch das Verschlucken oder Aspirieren der Buchstaben S oder D in der Mitte oder am Ende eines Wortes aus. Das Diminutiv Lus A am Ende eines Namens statt des üblichen Ito A ist oft zu hören. Im Allgemeinen wird der Diminutiv wesentlich öfter verwendet als im restlichen Spanien. Geschichte Im westlichen Teil Andalusien existierte in der ersten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends das antike Königreich Tartessos. Seit etwa 1100 v. c. h. r. segelten die Phönizier bis zur andalusischen Küste. Sie gründeten dort in der Folge Handelsniederlassungen und Siedlungen. Bis zum Ausbruch des Ersten Punischen Krieges 264 v. c. h. r. eroberte Kartago nach und nach ganz Andalusien, verlor aber nach Ausbruch des Krieges über die meisten Gebiete wieder die Kontrolle. Zwischen dem Ersten und Zweiten Punischen Krieg brachte es dann auf Betreiben der Barker den ganz Andalusien erneut unter seine Kontrolle, bis es gegen Ende des Zweiten Punischen Krieges schließlich von den Römern erobert wurde. Das heutige Andalusien gehörte zunächst zur Hispania Ulterior, ist in seiner Fläche weitgehend deckungsgleich mit der durch Augustus eingerichteten römischen Provinz Betheke, benannt nach dem großen Fluss Betis, dem Araber später seinen bis heute bestehenden Namen Guadalquivir Vard al-Kabir, großer Fluss gaben. Die Betheke reichte im Norden in die heutige Extrema Dura hinein, mit dem Guardiene als Begrenzung zur Lusitania, wohingegen der äußerste Osten Andalusiens zunächst zur Hispania Cetiria, nach Augustus zur Tarakonensis und nach deren Teilung zur Kasetginiensis gehörte. Zu Zeiten der römischen Herrschaft in Hispanien lernten die Andalusier schnell die lateinische Sprache und vertrugen sich recht gut mit den römischen Legionären. Die in Hispanien stationierten Truppen überwinterten mit Vorliebe in diesem wärmsten Teil der eberischen Halbinsel. In der fruchtbaren Ebene des Guadalquivir wurden schließlich zahlreiche römische Niederlassungen gegründet, aus denen sich später große Städte nach römischem Vorbild entwickelten. So wurde Andalusien zu einer urbanen Region und viele Bewohner dieses Landstriches erhielten sogar die römische Staatsbürgerschaft. Außerdem richteten die römer Schifffahrtswege über Flüsse und Meeressäfen ein und bauten und befestigten über regionale Straßenverbindungen, um Gemüse und Obst von hier nach Italien und in andere Provinzen zu bringen. Auch das Christentum fasste hier im 4. Jahrhundertfuß. In der Spätantike, als das Weströmische Reich Auflösungserscheinungen zeigte, fielen zu Beginn des 5. Jahrhunderts Vandalen und andere germanische Stämme in Hispanien ein. Nach der Mitte des 5. Jahrhunderts eroberten die Westgoten Hispanien und begründeten ein eigenes Reich mit der Hauptstadt Toledo. Im 6. Jahrhundert wurden Teile Andalusiens von den Osttrömern besetzt, die sich jedoch zu Beginn des 7. Jahrhunderts zurückziehen mussten. 711 überschritten die Mauren die Meerenge und eroberten binnen weniger Jahre den Großteil des Westgotenreichs. Andalusien stand von allen spanischen Regionen am längsten unter islamischer Herrschaft. Ihre Blüte erreichte diese unter dem Emirat von Cordoba, dem Kalifat von Cordoba sowie den Nasriden im Emirat von Granada. Die Einflüsse der Muslime sind auch heute noch vor allem in der Architektur zu sehen. Als bekannteste Beispiele wären die Alhambra in Granada, die Mezquita von Cordoba und die Giralda in Sevilla zu nennen. Die Herrschaft der Mauren in Spanien wurde durch die Reconquista 1492 in Granada beendet. Bis 1995 gehörten die Städte Keuter und Melilla zu Andalusien. Seither haben sie jedoch ein eigenes autonomes Statut. Politik Seit dem Inkrafttreten des Autonomiestatuts im Jahre 1982 haben zehn Wahlen zum Regionalparlament stattgefunden. Bis 2008 wurde die sozialdemokratische PSOE bei allen Wahlen stärkste Partei, wobei sie fünfmal die absolute Mehrheit in der aus 109 Abgeordneten bestehenden Kammer erzielen konnte. 2012 wurde die konservative PP erstmals stärkste Kraft. Einzige Regionalpartei von einiger Bedeutung ist die linksorientierte Partido Andaluzista, die durchgehend von der I. bis zur 7. Legislatur im Parlament vertreten war, bei den Wahlen im Jahr 2008 aber den Einzug in die Kammer erstmals verpasste. Seitdem spielt die Partei keine große Rolle mehr in Andalusien. Bei den vorgezogenen Wahlen in Andalusien im Jahr 2015 konnte die PSOE wieder stärkste Kraft werden. Auch dieses Mal reichte es aber nicht um alleine regieren zu können. Erstmals schafften es die beiden Protestparteien Podemos und Chiudadanos in das andalusische Parlament. Die Ergebnisse im Einzelnen. Damit kamen seit 1982 alle Ministerpräsidenten aus den Reihen der PSOE, wobei von 1996 bis 2004 eine Koalition mit der PA bestand und sie in den übrigen Legislaturperioden allein regierte. Seit 2012 besteht eine Koalition mit der EU, welche jedoch im Januar 2015 von Ministerpräsidentin Susana Diaz aufgelöst wurde. Im einzelnen Hauptartikel, das Wappen Andalusiens zeigt die Figur des jungen Herakles zwischen den zwei Säulen des Herakles, welche der Tradition nach die Meerengen von Gibraltar bilden. Zu Fissen trägt er eine Inschrift, die lautet, Andalusia posi para esbana y la humanidad. Beide Säulen werden mit einem Bogen geschlossen, auf dem geschrieben steht, Dominator Herkules Fundator, Wirtschaft. Im Vergleich mit dem Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht Andalusien einen Index von 82. Einige Wirtschaftszweige, insbesondere die Landwirtschaft und die Bauwirtschaft sind hoch subventioniert. In drei Jahrzehnten flossen mehr als 85 Milliarden Euro an Subventionen und Transferleistungen seitens der EU und des spanischen Staates nach. Andalusien Die Arbeitslosenrate lag im ersten Quartal 2013 bei 36,8%. Die Gesellschaft Andalusiens ist seit Generationen hauptsächlich agrarisch geprägt. 45,64% des Territoriums Andalusiens werden landwirtschaftlich genutzt. Die Kulturen des Trockenlandes sind für große Teile des Landes landschaftsprägend. Getreide und Sonnenblumen werden besonders in den großen Ackerländern des Tales des Guadalquivir angebaut sowie in den Hochebenen von Granada und Almeria. Bei den Holzkulturen spielt vor allem der Olivenbaum eine Rolle, der bevorzugt bei Cordoba und Jen verbreitet ist. Hingegen ist der Mandelbaum in den Hochebenen von Granada und Almeria zu finden. Die Weinrebe wird extensiv in einigen Zonen wie Marco de Jerez, El Condado de Hülva, Montilla Morilis und in Malanga kultiviert. Feigenkulturen sind weniger verbreitet als in Kastilien. Bewässerungswirtschaft ist bevorzugt in den Auen des Guadalquivir und des Geniel anzutreffen. Auf bewässerten Feldern werden in Andalusien Mais, Reis, Gemüse und auch Blumen angebaut. Bei Hülva Erdbeeren plantagen liefern Zitrusfrüchte und Baumwolle. Gemessen am Umsatz ist die produktivste und wettbewerbsfähigste Landwirtschaft in Andalusien an den Küsten oder Flussbereichen sowie auf sandigem Boden, wie etwa in Almeria und Hülva anzutreffen. Die ökologische Landwirtschaft erfährt gleichzeitig auch eine breite Entwicklung durch den Export in europäische Länder und eine beginnende Nachfrage. In Spanien selbst. Die Viehzucht hat eine lange Tradition, obwohl sie momentan hauptsächlich auf Weiden im Gebirge beschränkt ist. Daher hat der Viehzuchtsektor einen eher marginalen Platz in der Wirtschaft Andalusiens. Er trägt nur 15% zur gesamten Agrarproduktion Andalusiens bei im Gegensatz zu durchschnittlich 30% in Spanien. Die Jagd dient nicht mehr hauptsächlich der Beschaffung von Fleisch, sondern hat sich zu einer Freizeitaktivität in den Bergregionen gewandelt, wo sie eine ergänzende Aktivität zur Viehzucht geworden ist. 50% des Territoriums Andalusiens bestehen aus Wald und dementsprechend haben Waldflächen eine besondere Bedeutung. Vor allem sind sie wichtig zum Binden des Bodens, zur Wasserregulierung und zum Erhalt der Flora und Fauna. Die Baumsorten zur wirtschaftlichen Holznutzung sind hauptsächlich der Eukalyptus in Hülva, die Pappel in Granada und die Korkaiche in Sierra Morena. Fischerei Die Fischerei ist eine traditionelle Tätigkeit an den Küsten Andalusiens, die einen Beitrag zur Ernährung der Andalusier leistet. Darin eingeschlossen ist die Gastronomiekultur mit beispielsweise Backfisch, weiße Garnelen und Thunfisch. Die Fischereiflotte Andalusiens ist die zweitgrößte Spaniens nach der von Galicien und die Nummer 1 nach der Anzahl der Häfen mit 38. Der Fischereisektor trägt nur 0,5% zur Agrarproduktion Andalusiens bei. Dennoch hat die Fischerei starke lokale Bedeutung. So ist beispielsweise in Punta Umbria 70% der Bevölkerung in der Fischerei beschäftigt. In den Städten an der Costa de la Luz ist außerdem der Thunfischfang mit der traditionellen Almadraba immer noch ein wichtiger Bestandteil der Fischereikultur. Durch jährliche Aktivitäten wie die Ruta del Etjun bei der Restaurants aus Conil de la Frontera, Barbate und Tarifa ihre besten Thunfisch-Dappas anbieten, wird gemeindeübergreifend für die heimischen Spezialitäten geworben. Das Nicht-Einhalten der Bestimmungen gegen das Schleppnetz fischen, die Verschmutzung der urbanen Küstengebiete, die Zerstörung des Lebensraumes durch Baumaßnahmen und der Fischmangel durch Überfischung haben zur Situation einer permanenten Krise der Fischerei Andalusiens geführt. Deshalb entwickeln sich die Aquakultur und die Fischzuchtanlagen im Inneren Andalusiens mit großer Geschwindigkeit. Andalusien gehört zu den Regionen Spaniens, in denen der Tourismus von besonders großer wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die meisten Touristen reisen mit dem Flugzeug an. Der größte Flughafen Andalusiens befindet sich in Malanga. Badeurlauber bevorzugen die Costa del Sol am Mittelmeer, Windsurfer die Costa de la Luz am Atlantik. Ziele der Sightseeing-Touristen sind vor allem die maurischen Bauwerke in Córdoba sowie die Alhambra in Granada, die Weißendörfer bei Ronda sowie auch die Grabstätte des Christoph Kolumbus und die vielen Sehenswürdigkeiten in Sevilla. Ebenfalls sehenswert ist der Nationalpark Las Alpucheres in der Sierra Nevada, der zweithöchsten Gebirgskette Europas. Energieproduktion als eine der südlichsten Regionen Europas hat Andalusien ein großes Potenzial zur Nutzung der Sonnenenergie. Die Solaranlage Plataforma Solar de Almeria ist Europas größtes Sonnenkraftwerk. Auch in der Nähe von Sevilla ist eine große Solaranlage in Betrieb. Rund um Tarifa nutzen Windparks die bei Surfern so beliebten Winde, Poniente und Levante. Aber auch die Provinzen Malaga und Almeria haben großen Anteil an der Stromerzeugung durch Windparks. Andalusien ist Spaniens größter Lieferant von Windenergie. In 148 Windparks wurden im Jahr 2013 rund 3,3 Gigawatt erzeugt. Sport mit dem FC Sevilla und Bette Sevilla, dem FC Malaga sowie dem FC Granada und spielen vier Vereine in der Primär-A-Division, der höchsten Spielklasse im spanischen Fußball. Andalusien stellt damit über 20% aller Teilnehmer der Liga. In der Segunda-Division der zweithöchsten Spielklasse spielen derzeit die Vereine Recreativo Hülva Ude Almeria sowie der FC Cordoba. Der FC Sevilla ist mit vier Titelgewinnen im UEFA-Pokal bzw. der UEFA-Europa-Lig-Rekord-Titelträger in diesem Wettbewerb. Begünstigt durch das ganzjährig angenehme Klima spielt Andalusien im spanischen Golfsport eine herausragende Rolle. Die Costa del Sol ist neben der Region um die Hauptstadt Madrid das Gebiet mit der größten Golfplatzsicht des Spaniens. Alleine zwischen Malaga und Gibraltar gibt es mehr als 60 Golfplätze. In ganz Andalusien sind es mehr als 100 Plätze. Ausdruck dieses Golfschwergewichts ist der andalusische Golfverband Real Federación Andaluse de Golf, der dem spanischen Golfverband Real Federación Espanola de Golf untersteht. Die Costa del Sol war auch schon verschiedentlich Austragungsort von Turnieren der European PGA, der höchsten europäischen Golftour für Berufsspieler. Unbestrittener Höhepunkt war die Austragung des Ryder Cups, dem Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA, 1997 in Valderrama, in der Nähe von Gibraltar. Valderrama war in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts auch mehrmals Austragungsort des Volvo Masters, dem Jahresabschlussturniers der European PGA, für das sich nur die 60 besten Golfer der europäischen Preisgeldliste qualifizieren. Von 2009 bis 2012 wurde das Volvo World Match Play Championship 9 Modus im Finca Cortésen Golf Club in der Nähe von Malanga ausgetragen. Infrastruktur Das Eisenbahnnetz der RENFE ist wie in den meisten Regionen Spaniens nicht sehr dicht, verbindet aber alle wichtigen Städte. Seit 1992 ist die normalspurige Schnellfahrstrecke Madrid-Sevilla in Betrieb. Diese Strecke wurde anlässlich der Expo 92 in Sevilla gebaut und war die erste Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge in ganz Spanien. Seit Ende 2007 ist von ihr abzweigend die Schnellfahrstrecke Cordoba-Malanga in Betrieb. Im Jahr 2014 besitzt Andalusien sechs Flughäfen, fünf davon internationale Flughäfen. Es existiert ein Vorhaben noch einen Flughafen in Hülva zu bauen. Er wird Flughafen von Antequera heißen und vor allem als Privatflugplatz dienen. Der Luftverkehr konzentriert sich auf den Flughafen Malanga mit ungefähr 61% des gesamten Passagiereaufkommens Andalusiens. Die zwei Flughäfen Malanga und Sevilla kommen zusammen auf etwa 82% des gesamten Passagiereaufkommens Andalusiens. Die Passagierzahlen von 2013 teilen sich wie folgt auf. Flughafen Almeria Er wird vor allem von spanischen Inlandsfluglinien und für Flüge nach London genutzt. Mit diesem Flughafen operieren vor allem Billigfluglinien. Das Passagieraufkommen betrug 705.552. Flughafen Cordoba Er wird gerade umgebaut im Einklang mit der Bewerbung von Cordoba als europäische Kulturhauptstadt. 6.955 Passagiere Flughafen Granada-Yen Er wird vor allem von Billigfluglinien angeflogen. Er wird gerne von Touristen mit Zielsia Nevada genutzt. Der Flughafen hat ein Passagiereaufkommen von 638.289. Flughafen Jerez Er befindet sich 8 km nordöstlich von Jerez de la Frontera. Er hat ein Passagiereaufkommen von 811.554. Flughafen Malanga mit mehr als 12,9 Millionen Passagieren. Die Erweiterung mit einer zweiten Piste und einem dritten Terminal wurde im März 2010 in Betrieb genommen. 2012 umbenannt auf Malanga Costa del Sol, Flughafen Sevilla und 3,69 Millionen Passagiere. Der Flughafen wurde für die Weltausstellung 1992 umgebaut. Hymne Die Melodie der Hymne Andalusians wurde von Jose del Castillo Dias zum Text von Blas Infante komponiert. Seit 1981 ist sie offizielle Hymne Andalusians. Und sagt uns, unter der Sonne unseres Landes, Andalusia erhebt euch. Verlangt nach Land und Freiheit, Spanien und die ganze Menschheit, was wir waren, menschlichen Geistgaben. Andalusia erhebt euch. Verlangt nach Land und Freiheit, Spanien und die ganze Menschheit. Von andalusischen Nationalisten wird es banal gerne durch Los Pueblos ersetzt. Siehe auch Wixchen Ari Andalusien Bedeutungserklärungen Wodtherkunft Synonyme Übersetzungen Gitannos Straße von Gibraltar Andalusischer Dialekt Stierkampf Flamenco Costa del Sol Costa de la Luz Ruta de los Pueblos Blancos Film Reisewege Andalusien Das Land der Weißendörfer Dokumentation 45 Minuten Buch und Regie Barbara Deppenberger Produktion SR Erstsendung 28 März 2007 arrep Zuk Score März 2007 2005 1500 2020 20 장이 18 20 22 22